und kamek fällt da drauf rein und kamek fällt da drauf rein also wie ist kamek alive no risk no fun das ist mein motto aber kamek is doing it immerhin, immerhin einer kerriot uns wieder du willst das gewinnen? ja ich will das gewinnen schau mal da draußen, da steht ein faschistischer Hammer ja dann lass ihn hier, da ist er, du willst kämpfen? der ist doch tot, oder? ja der ist tot ja i will trots ja er fala also ich hab' zeig ich doubt wenn man denkt dass es dummer gar nicht mehr geht Das ist fein Ja Sorry, sorry Hier, kill Hier, schlagen Sie mich bitte so fest Sie können Ja Ihr müsst euch oben früh genug Legion Lee fahren Tun Sie sich keinen Zwang an Oh, eine Sekunde hatte ich wohl noch Achso, fuck Ähm, der da Komm weg, komm weg, du stirbst Ich habe immer Du stirbst, Alter Du stirbst, Alter Oh man, not even close, ne No risk, no fun Das ist mein Motto Was fokust der eigentlich mich der Sack? Oh, ich kann lange nicht blinken Was weiß ich denn? Ich bin unter Ich bin unter Kann ich jetzt blinken? Heads up! Ich bin so, ich bin jetzt gerade Nice Wie bist du denn gestorben? Oh, Dragonfly, oder? Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein. Und trotzdem zu scheitern. Fürchtet es? Fliegt davor. Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Oh, nein! Lauft, Mann! Oh, schau, ich bin ein Fisch. Was macht Karmik da? Wir haben auch den Beuch, Digga. Was will der tun? Es ist in a bird, es ist in a plane. No, es ist Karmik. Ich überlebe noch ein bisschen. Wenn ich fertig bin, wird noch die halbe Menschheit existieren. Wir gehen! Was ist hier los? Der wurde geballert, Digga. Was will er tun? Der wurde ja so chain disabled. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Alter! Okay. Aber das hier, so wird mir doch ein Lächeln nach gesehen. Wenn ich, wenn ich mal... Na ja, er hilft den Leuten und er fliegt und er hilft den Leuten. Endlich im Gleichgewicht. Wie es sein sollte. Ich hoffe, sie erinnern sich an euch. Die Bombe, sie tickt. Wenn ich komm, wird gefickt. Ich regle den Konflikt. Ohne jeglichen Kompromiss. Mann Karmik, halt deine Fickschnauze. Das Topdough. Das Krem. Pure Vanilla. Schmerzen. Das ist ein 10.